Was ist das? Irgendwas ist da passiert. Ich weiß aber noch nicht was. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas war es. Hey, Johnny Doe! Ich habe meinen Stift auf deiner Farbe vergessen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn dabei hatte, als ich deine Krankenakte geholt habe. Kannst du für mich mal nachsehen, bitte? Juri! Mach mal. Für dich, Juri. Machen wir eigentlich alles. Für die Juri machen wir einfach alles. Juri ist genau unser Girl. Oder wie sagt man das? Das klingt so falsch, wenn ich das sage. Halt! Die, die... Die... Lass mich mal eben hier auffüllen, ganz schnell. So. Tut mir ja leid, dass ihr nicht rauskommt. Aber es ging ja nicht anders. Es tut mir leid. Sag mal, warum hängt die eigentlich mit den Hintern zusammen? Das, äh... Naja. Ganz andere Frage wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Frage eigentlich, die ich, äh... Gar nicht so... Vermelden möchtete. Äh... Er... Er... Was hast du denn? Sieht okay aus. Ach, du hast am Anfang noch gepennt. Okay. Ich hätte mir Sorgen gemacht gerade. Das lassen wir mal eben da drin. Das auch. Teebären. Ah, kann man daraus dann Tee machen? Hat einen leicht würzigen Geschmack. Ja gut, hier werde ich wahrscheinlich kein Tee finden. Das fände ich jetzt ein bisschen freaky. Dann haben wir auch noch mal Stiefmütterchen. So, so. So, so. Oh, und wir haben eine Aufgabe. Da ist noch eine Aufgabe. Ich gucke jeden Tag jetzt nach, ob wir vielleicht irgendwie, vielleicht doch nochmal einkaufen. Tasche aufwerten. Boah, das kostet so viel, ey. Ja, wir brauchen das ja. Wir brauchen es ja. Wir brauchen ja mehr Platz. Ich möchte gar nicht wissen, was das das nächste Mal kostet. Ah, Eier. Ich glaube, wir haben noch Eier. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh. 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 Warte mal, ähm, nee, warte mal, Winter. Kein, ach so, das ist, äh, nicht so. Mhm. Wo soll ich den Tee erkriegen jetzt, Mann? Wo krieg ich denn jetzt nur Tee her? Oh, Tee. Fasern, ja toll. Hier kann ich, nein, ich zähle mich auch noch fest. Hier kann ich keinen Tee kaufen, ne? Oder? Nee, hier ist nichts zum Kaufen. Hier ist, glaub ich, auch gar keiner. Hätte ja sein können, dass man hier Tee kaufen kann. Ich hätt ja gern etwas Tee. Da fänd ich mega schön. Interagieren. Ich glaube, hier krieg ich auch keinen Tee. Ich hätt gern ein bisschen Tee. Von dir. Ich hänge fest. Oh, die ist immer schnell gewesen jetzt. Ja, will ich durch. Aha. Mädels, ich küt. Ich komm. Oh, Moment, das ist falsch. Ich komm, ne Runde Splanschen. Ich bin sofort da. Was? Ah. Alice und die sind hier aufgewachsen, aber... Du hast ja schon gewusst. Ah, die Affen. Da oben sind Affen. Ja, ich hab's verlassen, ne? Ja, ja. Bambussprosse, ja toll. Ich brauch Tee, Mann. Krieg ich ja Tee? Wir haben heute geschlossen. Warum? Sag mir doch mal, wann du aufhast. Offen. Hä? Hey, tut mir leid. Wir haben heute geschlossen. Hä? Bens Wohnwagen. Von 9 bis 20 Uhr. Offen. Hä? Ja, manchmal muss ich das nicht verstehen. Hartholz. Zuckerwormsamen. Ich würde irgendwie gerne hier durchkommen. Schade. Aber war jetzt interessant, ich bin hier. Okay, das geht dann wahrscheinlich da noch nicht rum, weil da sollen wir noch nicht hin. Tippe ich jetzt einfach mal. Äh. Hä? Komm ich nicht hier runter irgendwie? Doch, da. Ach, Mann. Tag. 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 Ich kann doch nicht lesen. Hm. Macht mich dann immer wieder ein bisschen traurig, wenn ich dann irgendwo nicht inter... ...interagieren kann. Hm. 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 Kann ich den hier auch pflanzen? Das würde mich mal eben interessieren. Nee, hier kann ich nicht pflanzen. Alles klar, okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass ich hier irgendwie auch pflanzen kann oder so. Hm. Okay. Let's go. Oh. Okay. DIN DIN Warte mal, da ist irgendwas Offenbar wachsen Pilze an Blöcken Okay, den krieg ich nicht weg Hier seh ich jetzt nix Er hat irgendwas für uns Ach, der hat ja Ich will so'n Hut nicht Will ich nicht Lass mir die Ruhe damit Geh weg Das ist mir lustig da Seht ihr das? Ach, guck mal Ich dachte, wir hätten schon alles gefunden Und gesehen Aber scheinbar nicht Giesink Aha Was auch immer Klingt interessant Ach, da ist der Ist das hier der Friedhof? Du bist hier Aha Sieht fast wie der Friedhof aus Huch Es sieht fast wie der Friedhof aus, ja Hartholz Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall da Wo wir nicht weiterkommen Mist Schadier Schadier Schade Ach ja Wo sind wir denn hier? Waren wir... Hier waren wir doch... Waren wir hier schon mal? Ich kann mich daran nicht erinnern Ich kann mich daran nicht erinnern Hä? Warum kann ich denn hier nicht einfangen? Ach... Einfach weil ich nicht kann Oh 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 Schnell rein Schnell rein Das war nicht gut Schnell schlafen Geh zum Bett Schnell Oh Geil Neue Samen im Laden Ah Okay Neue Dekoration im Geschäft Neue Klamotten im Laden Mhm Wachtel freigeschaltet Geil Webstuhl Sehr gut Pilzblock Sehr gut Ja okay Cool